Diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. März 2020 bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 2015 erbaute Haus verfügt über 5 Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Einbauküche. Das Objekt ist luxuriös ausgestattet. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 32 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 644 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis jetzt. Die Etagenwohnung. Die Etagenwohnung. Bis zum nächsten Mal.